Ich bin Maria Derndl, ich wohne in Ried in Riedmark, bin aber viel in Katzsdorf bei meinem Freund. Ich bin 21 Jahre alt und studiere an der F. Hagenberg und dort studiere ich Medientechnik und Design. Die Kade ist eine Pflanze, die blüht von Juli bis August und sie hat ein sehr cooles Aussehen. Das Coolste an ihr ist alles Aussehen. Sie ist sehr stachelig und hat einen sehr stacheligen Knospen. Im Bereich Medien und Design kann man die Karte gut einsetzen durch ihr Aussehen, weil sie so ein gutes Aussehen hat. Zum Beispiel im Bereich 3D-Design. Man kann es gut nachmodellieren in 3D.